Ah, so, schauen wir mal. Ich brauche einen Rettich. Das ist Rettich-Sharp. Sehr gut. Den bringe ich jetzt weg. Dann habe ich noch einen Teil der Quest erfüllt. Oh. Oh. Das ist nicht okay in der Höhe geschafft, aber ich kann dir... ...hier bist. Ja, da sind sie. Hier, bitte. Und ihre bittere Wurzeln einlegen, erfüllt den süßlichen Geschmack. Das lecker eingelegte Gemüse ist jetzt sehr beliebt. Okay. 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 Komm. Ich springe, ich springe, springe. ... 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 Wohl des Dorfes und für ein friedliches Zusammenleben mit dem Pokémon. Meine Befehle für dich. Erstens begib dich zum Gipfelbasis und von dort zum Sinod-Tempel. Wir bringen mit der Roten Kette alles unter Kontrolle. Drittens kommt wohl behalten, wieder zurück. Ok. Na ja, Prost. Da ist er da, Proof. Ein paar Toptränke. Ok. Nachdem ich so viele Tränke kriege, glaube ich einmal, dass ich sehr viele brauchen werde. Ok, die Zeit ist fast gekommen. Aber ich mache mir wenig Sorgen. Du hast dich schließlich in das Zeug gelegt. Ok. 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 Da ist er. Ok. Ich bin schließlich da, um dich zu beschützen. Moralisch versteht sich. Ok. Ich bin weg. Scheiß Fliehen da. Ok. Oh! Oh! Ok. 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 So, wer bist du und was willst du? Bitte rette meinen Seemops. Okay, aber das mache ich jetzt. Oh, das ist ja. A Burgi. Okay. 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 So, jetzt bin ich da und ich muss da nach oben. Okay. 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 Da ist ein Hocker Das ist gut. zack, erwischt ins Korka Ah, cool Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Und wie war? Unstrengung Korka Wann es? Baut es nicht auf, weil es gut ist und das nicht auf, weil es nicht aufgerufen ist um, dass du wiederum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weg mit dir, Snibli. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Okay. Ah, ist damit. Ah, geht's. Scheiße. Ah, ist das so viel? Fehlme, fehlme, fehlme. Ich sehe halt die Sero. Ah, sch... Scheiße, ich bin nicht so schlecht, das. Oh, ich bin Postum dort. Ich bin nicht verprügeln. Prügeln weg. Oh, das war aber genau nichts. Ui, das ist echt wenig. Echt wenig. Oh, das ist echt wenig. Und er ist so unfällig für den Scheiß. Wahnsinn. Komm. Ach, wie du bist. Ding hier. Oh. Schön. Das wäre aber sooo schlecht gewesen. Der nächste Arschloch. Wie? Was denn das noch haben wir? Ach, die Kacke. Voll aufs Malkrieg, das wollte ich mal was nicht trinken. Scheiße. Arschloch.